Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, was wir machen können, wenn wir bei Netflix Downloads auf zu vielen Geräten haben, beziehungsweise wie wir unsere Downloadgeräte verwalten können. Dafür öffnen wir also als allererstes mal irgendeinen Browser, ob wir das jetzt auf dem PC machen, auf dem Handy oder sonst wo, spielt überhaupt keine Rolle. Und hier gehen wir dann auf die offizielle Netflix Website. Ich stelle die Sprache hier mal noch eben auf Deutsch um, damit es bei jedem von uns leicht aussehen sollte. Und dann können wir uns schon oben rechts einmal in unseren Account einloggen. Sobald wir das gemacht haben, sehen wir oben rechts in der Ecke schon unser Profil und da haben wir dann auch diesen Punkt, nämlich Konto. Da klicken wir einfach einmal drauf und dann landen wir schon bei unserem Konto. Hier scrollen wir dann einfach mal runter und bei den Einstellungen haben wir dann die Downloadgeräte. Wir klicken also einmal auf Downloadgeräte verwalten. Dann werden wir hier weitergeleitet und wir sehen dann hier erst einmal, wie viele Downloadgeräte bei unserem Netflix-App überhaupt dabei sind. Ihr seht es, bei mir ist es im Moment nur ein Gerät. Vielleicht habt ihr auch drei Geräte, wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn bei euch diese Fehlermeldung kommt, dass ihr Downloads auf zu vielen Geräten habt, dann kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass ihr eben genau diese Anzahl auch eben gerade hier bei euren Downloadgeräten habt. Ihr seht es, bei mir ist es im Moment nur ein iPhone, aber ich habe ja auch nur ein Gerät. Dementsprechend ist es bei mir jetzt schon voll ausgeschöpft in dem Sinne. Falls ich jetzt dieses Gerät hier löschen will oder falls ihr hier irgendwie mehrere Geräte habt und eins davon jetzt rauslöschen wollt, um auf einem anderen Gerät Sachen downloaden zu können, dann klicken wir hier einfach auf Gerät entfernen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass hier eben nur iPhone steht. Also falls ihr irgendwie mehrere iPhones dabei habt, dann wisst ihr eben nicht genau, welches iPhone ihr jetzt rauslöscht. Das ist natürlich ein bisschen blöd gemacht, aber im Endeffekt müsst ihr euch dann wahrscheinlich da einfach mal durchprobieren. Und sobald ich dieses Gerät jetzt hier entfernt hätte, könnte ich ganz einfach auf einem anderen Gerät, mit dem ich eben auch in meinen Netflix-Account eingeloggt bin, dann eben Sachen downloaden. So einfach funktioniert das Ganze also, falls ich euch mit diesem Video hier etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao!